Willkommen zurück zu Glorious Gaming. Wir machen weiter mit Max Payne 2 Part 5. Wir sind gerade im amerikanischen Traum von Max Payne hängen geblieben. Mal gucken, wie es da weiterläuft. Denk! Verdammt, denk! Denk, denk! Halt! Halt! Ich komme dahinter. Ich kann alles erklären. Hm. Hm. Ich hab sie getötet. Meine Frau. Mein Baby. Sie erschossen. Hab sie unter den Rosenbusch im Hinterhof begraben. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Ich werde ihn fassen. Lass ihn dafür zahlen. Ich werde ihn bestrafen. Er wird sich wünschen, niemals kaporen worden zu sein. Ich bringe ihn aus dich. Für einen Moment hatte ich vergessen, wer ich war. War Wendert. Sie sah anders aus. Dachte, ich wäre der Keller. Ein Ängster. Mona, gib's mir. Ja, gib's mir. Ja, gib's mir. Ja, ja. Ja, gib's mir. Das ist geil. Paine, Paine. Sie müssen Paine den Fall lösen. Wir wurden verraten. Finden Sie heraus, wer lösen Sie den Fall. Versprechen Sie es mir, Paine. Bleiben Sie Ihren Abzeichen treu. Paine, Paine. Finden Sie heraus, wer es war. Paine. Die Cleaner, Annie Finn, Senator Gate, Mr. Corcoran, sie waren nur das Grundrauschen, das den Fall umgab. Es ging nur um Wintersons Tod. Der Preis der Leidenschaft. Mein Werben um Monosex. Mein Fall. Mein Verbrechen. Es ging nicht darum, den Killer zu finden. Ich war es. Es ging nur darum, einen Sündenbock zu finden, dem man alles anhängen konnte. Max, sie ist eine Mörderin. Paine, sie ist hinter uns. Bleib zurück. Wintersons Apparat. Max, es ist Ihre Pflicht. Blatt. Wir stehen wegen Mordes und Arrest. Ich tue das für dich, Max. Eine Kugel in den Kopf. Ich kann die Qual beenden. Das Anwesen jetzt. Plötzlich stehst du vor den Überresten deiner eigenen Schöpfung. Bleibst du dort, die Augen geschlossen, Angst, dich zu bewegen, in der Hoffnung zu verbluten. Oder kriechst du hinaus, hilfst deinen Lieben und sorgst dafür, dass ich das freu. Feuer nicht ausbreitet. Das ist Ihre letzte Warnung. Wir haben das Gebäude umstellt. Lassen Sie die Waffen fallen und kommen Sie mit erhobenen Händen raus. Die ganze Zeit haben wir das Märchen vom Dornröschen falsch verstanden. Alle Einheiten in Position. Wir sind bereit. Der Prinz hatte sie nicht geküsst, um sie zu wecken. Nach hundert Jahren Schlaf wacht niemand wieder auf. Okay, Leute. Macht euch bereit, reinzugehen. Wir sind soweit. Es war genau andersrum. Er küsste sie, um selbst aus dem Albtraum aufzuwachen, der ihn dorthin gebracht hatte. Zu zäh, um zu sterben. Als ich heute Abend im Krankenhaus aufwachte, dachte ich, es könnte nicht mehr schlimmer kommen. Im Schnelldurchgang von dem hier zu Wintersons Leiche im Leichenschauhaus des Hospitals. Ich war ein Mörder. Ein Cockkeller. Es gibt Dinge im Leben, die man nicht wählen kann. Wie man sich fühlt. Ich hatte lange genug am Boden der Grube gelegen. Zu lange. Die Söldner der Reinigungsfirma wollten zu mir. Ich brauchte eine Waffe. Musste an ihnen vorbeikommen. Hoffentlich würden die Schmerzmittel reichen, um mich auf den Beinen zu halten. Feller, mit dem hier. Das war ich. Hätte ihn in der Lobby fast gehabt. Nein, er war da. Er hat versucht zu entkommen. Ah! Jetzt ist es so weit, Train. Wie blöd muss man sein? Da drin waren sie sicher. Dämlicher Penner. Jetzt bist du dran. Ich hab nichts, um mich zu wehren. Ich kann nicht mal boxen. Boah, ist das doof. Okay, laufen wir mal. Idiot. Ich hab ihn verloren. Sie haben getan, was Sie tun? Mr. Payne, Sie... Mit Schirm, er ist hier. Oh nein. Ich kann nichts machen, ey. Jetzt ist es so weit, Train. Wie blöd muss man sein? Da drin waren Sie sicher. Dämlicher Penner. Jetzt bist du dran. Oh shit. Wo hin? Ich hab ihn verloren. Sie haben getan. Mr. Payne, Sie... Mit Schirm, er... Scheiße. Nein, ist zu. Wo ist er? Boah. Boah. Sicherheitsdienst. Stehen bleiben. Waffen fallen lassen. Du zuerst. Nein. Der tote Sicherheitsmann hatte seine Waffe fallen gelassen. Na endlich kann man sich wehren. Scheiße, ich hab die Pinkeler vergessen unten. Oh nein. Ich hab ihn verloren. Sie haben getan mit Mr. Payne. Sie... Mit Schirm, er ist hier. Schnapp! Okay. Benkeler. Benkeler. Speichern wir mir hier ab. Und warten wir ab. Mal gucken, was passiert. Mal gucken, was passiert. Wo ist er? Hier kommt er nicht raus. Ich bin an der Tür und pass auf, dass er nicht vorbeikommt. Mach ihn fertig. Klingt nach einem Plan. Sicherheitsdienst. Stehen bleiben. Waffen fallen lassen. Du zuerst. Ah! Der tote Sicherheitsmann hatte seine Waffe fallen gelassen. Wenn ich sie erreichen könnte, könnte ich zurückfeuern. Sterb! Sterb! Mit Schimpf! Sterb! Helfer! Wer denn dann dann auf geht? Oh Gott! Läuft! Denkstenhaus-Sicherheitshalt! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh, scheiße. Das war der Plan und so wird's gemacht. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Das sieht so witzig aus, wie die hier durch die Gegend fliegen. Da hast du mich gespürt. Okay, was jetzt? Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Wasa hat sich so widerstehellender als Kind für Sie erwartet? Oh, scheiße. Der einzige Grund, warum Männer Kriege beginnen. Liebe. Was ist mit Mona' Sex? Nächste Frage. Schön. Warum versucht der innere Kreis, mich umzubringen? Ich sterbe, Krebs. Die Macht rennt mir durch die Finger. Es gab eine Rebellion. Eine Gruppe Abtrünniger hat innerhalb des Bundes einen Bürgerkrieg angezettelt. Jeder Widerstand wird eliminiert. Wir verschwenden unsere Zeit mit Bandenkriegen. Wenigornitti? Nein, Wladimir Lem. Ich kannte die Antwort, bevor er sie ausgesprochen hatte. Wlad hatte gelogen. Die Cleaner waren seine Leute. Wladimir Lem war schon seit vielen Jahren Mitglied des Bundes, des inneren Kreises. Kogniti wird durch seine Hände sterben. Danach kommt dieser Verräter zu mir, seinem einstigen Mentor. Auf Kollisionskurs. Ich ließ Wurden an der Tür zu seinem Panik rum. Um vom Schicksal zu sprechen, Wlad hatte bei seinem Plan, mich umzubringen, um meinen Segen gebeten. Ich konnte nur auf Wlads Schritte reagieren, hinter ihm aufräumen. Mehr nicht. Es geht los! Komm rein, schnell! Es geht los! Okay. Hey, du! Die Abenteuer von Kassen Baseball. Klocke 167. Nick! Bicycle Helmet Girl. Bicycle Helmet Girl. Bicycle Helmet Girl. Was glaubt ihr wer es ließ? Doch nicht wieder Willhaut, sie muss sie sein. Sie will den Bosse erledigen. Alle Mann! Schnappt euch eure Waffen! Alarm! Hm. Ich glaub, ich hab alle. Jo, doch nicht. Wow, wow, wow. Von oben. Okay. Von unten und oben. Kommen Sie! Machen Sie eine Szene. Und man wird sie sehen. So klein. Haltet ihn! Ist die Killerwahl bei ihm! Oh, da ist ja noch einer. Hm. Hast du alles gesehen? Nein, aber wir sehen, wenn er durch die Tür... ... und er zieht unten, wie viel seiner Fasch... ... und er zieht unten, wie viel seiner Fasch... ... und er zieht unten, wie viel seiner Fasch... ... und er schaue besser einmal nach! Ich schaue besser einmal nach! Schieß! Hey, Mäuschen, was gibt's? Kann ich einen... So, da bin ich wieder. Sorry für die Unterbrechung. Meine Kleine konnte nicht einschlafen. Brauchte unbedingt ein T-Shirt von mir. Okay. Weiter geht's. Ah! Ach, du! Runnhaft. Holhe dich! Verlappt! Boah, ich hab da echt Glück gehabt, ey. Boah! Geil, okay, damit hab ich jetzt nicht gerechnet. Schande, von wo schießt er denn? Wo ist er? Ach, da war der. Jetzt hab ich ihn gesehen. Komm schon. Nein, hat er mich erwischt mit der Kugel. Ich glaub's nicht. Ach, da war der Kugel. Mein Gott, wie viele sind denn da? Gibt es hier noch was? Keine Painkiller, verdammt. Die Vans des Reinigungsunternehmens, die Overalls, die illegalen Feuerwaffen. Die Beweise dafür, dass Vlad hinter allem steckte. Ich habe meinen Bruder ermordet. Gibt es hier noch was? Nee. Zu. Boah, gut, dass ich da reingeguckt habe. Oh, ein Mord, der Lord ist tot. Ein Gemeindesverbrecher nicht. Ist das die gleiche Killerbraut, die der Boss verrundet hat? Haltet sie! Kommt der Arme bei sich! Prognet ist man es! Haltet sie auf! Schwingt eure Ärsche hier her! Tolle Mann! Haltet sie auf! Tja. Keine Chance gegen Max Payne. Ist das vorbei? Kann sie an meiner Gewicht? Sind sie dort? Ist es sicher? Vlad und Mona waren auf Kollisionskurs. Fand ich den einen, war die Chance hoch auch den anderen zu finden. Vlad wollte zu Winnie. Ich brauchte nur seiner Karte zu folgen. Sie haben eine neue Nachricht. Vlad, ich bin's. Wo bist du? Ich brauche dich. Ich bin jetzt unterwegs zur Baustelle. Winnie zu? Ich tue es. Ich erledige beide für dich. Ach krass. Ich weiß es nicht. Ist es ein Verbrechen? Ist es strafbar glücklich zu sein? Sie haben dich nicht mit meinem Jungen gesehen. Haben dich nicht mit mir gesehen. Ich vermisse dich. Ruf mich an. Die Vergoldung der Maske hatte einen Sprung und enthüllte die Fäulnis darunter. Wintersons Geständnis wusch meine Schuld nicht fort. Es machte alles nur schlimmer. Ich hatte eine Verabredung mit Vlad bei Winnie. Ein Bandenkrieg. Herr Kleiner! Erledigt sie! Erledigt sie, bevor sie rauskommen! Oh! 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 Ich war immer noch ein paar Blocks von Winnies Haus entfernt. Ich musste mich beeilen. Ja, ist von der Straße hereingefahren. Beide von uns haben Probleme. Wir müssen sie da rausholen. Okay, der geht nicht weiter. Ah! Ah! Sie hatten überall in der Stadt die Wii-Zeichen. Jetzt konzentrierten sie sich auf die üblen Stadtviertel. Das Grab des Monsters. Arschlöcher! Glaubt ihr ihr kommt hier rein? Glaubt ihr das? Hä? Falschgedacht! Ihr verschissene Arschlöcher! Falschgedacht! Ey. Von wo denn? Hä? Falschgedacht! Ihr verschissene Arschlöcher! Okay, hier geht's scheinbar nicht weiter. Ich geh runter. Oder hoch. Höch. Höch. Wer ist der Mann, der nichts zu verlieren hat? Dick Justice. Allein in der Einsamkeit der Nacht wirkt Dick Justice. Das ist kein Prinzip, aber ich schau mir lieber an Mr. Justice hier an. Eure Arsch! Der kriminellen Unterhalt. Im ganzen Viertel tobt ein Bandenkrieg zwischen Vlads Männern und Winnies Gangstern. Hier fühlte ich mich zu Hause. Jungs und Winnies Gebrauchtwagenhandel war ein Stück voraus. Ich musste einen Weg auf die Strasse füllen. Viertel! 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 Zit! 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 Hm. Hm. Wie wir es mit ausziehen? Steht bleib! Hm. Wo hin jetzt? Wo? Hoch. Sei doch kein Dummkopf. Du willst den Dummkopf nicht mehr machen. Oh. Ja. Ich bin der Dummkopf hier. Oh, Dummkiller. Hey! Wo zum Teufel warst du? Warum hat das so lange gedauert? Wo ist der Rest von euch? Du bist die Verstärkung, die Winnie uns versprochen hat, stimmt's? Wer sonst? Bin nur noch ich. Die Cleaner haben den Rest erwischt. Verdammt! Die knallen uns ab wie die Fliegen. Schätze, eine Pistole mehr ist besser als gar nichts. Okay, gehen wir. Okay. Okay, auf zum Parkplatz. Coole Ränder. Wir müssen den Post dieser Russen vom Leib halten. Ja, halten wir sie dem Käpt'n vom Leib. Oh, tut mir leid. Sorry, sorry. Ich weiß, das ist nicht witzig. Es tut ernst. Die Abenteuer von Käpt'n Großkopf Cogniti. Hey, es reicht! Wir haben einen Job zu erledigen. Ach, es regnet wie aus Eimern. Ich bin auch schon ganz im Eimern. Pass da! Es wird denn was anderes regnen, wenn die Cleaner auftauchen. Keiner Schnickhoff ist richtig. Das ist richtig geil hier. Wie kommen die denn rübergejumpt? Das ist dein Kopf. Max Payne. Flotten die Glocken? Oh! Das ist ein Dreck-Sack. Das ist ein Dreck-Sack! Oh, Mann! Warum muss mir das passieren? Oh, es war perfekt! Jetzt ist alles ruiniert! Oh, nein! Oh, nein! Jetzt kommt die beste Mission. Mein teurer Freund. Nein, Payne! Nicht Sie! Warum muss mir das passieren? Payne, Sie müssen mir helfen! Hier drin ist eine scheiß Bombe! Wenn ich den Kopf abnehme, geht sie hoch! Bye-bye, Vinny! Sie sind ein verschissener Kopf, also helfen Sie mir! Wie ist das passiert? Der Russe hat mich verarscht! Willkommen im Club. Ich kann Ihnen helfen, ihn zu kriegen. Ich schwöre. Holen Sie mich hier raus, dann helfe ich Ihnen! Dann haben wir jetzt einen Deal. Bestätigt! Die wollen mich umlegen! Sie müssen mich schützen! Wir müssen raus hier! Durch den Hinterhof! Ich kaufte Vinny, wenn ihr dann versprechen, mir zu helfen, nicht ab. Aber ich wollte alles tun, um Vlads Pläne zu vereiteln. Payne! Geben Sie mir Deckung! Geben Sie mir Deckung! Wir müssen da durch! Payne! Worauf warten Sie noch? Halten Sie mir die Formel halb! Legen Sie sie um! Legen Sie sie um! Ich bräuchte mal ein paar Pain-Piller hier. Wo? Von wo? Oh, das lief scheiße. Wir müssen los, Payne! Oh Mann, Payne! Das sind noch mehr von denen! Sie kommen über die Mauer! Bringen Sie mich hier raus! Geh hier! Geh hier! Ihr Bastard! Oh! Geh hier! Boah, da kommen ja noch einige. Boah, da kommen ja noch einige. Geh hier! Das ist geil. Oh, das wird, glaube ich, noch böse enden. Okay, eine weitere halbe Stunde ist um, Leute. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns bei Max Bane 2 Part... Wo sind wir stehen geblieben? 6, Part 6. Danke fürs Zusehen nochmal und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.